Viele Grüße aus Castor-Brauxel, du Spasti-Ehm. Wo ist das grüne Loot? Ich hab das grüne Loot. Blaues Loot. Blaues Loot hab ich auch. Blaues Blut hab ich nicht. Ich bin blau. Das wissen wir. Auf zum Kampf. Axel? Ja? Kommst du zum Kampf? Der ist hier, der Kampf. Und die sind außerdem Feinde. Hier ist noch Neko, ne? Hier ist ein Smartphone, wo ich bin. Ja. 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 Alle leften. Okay, von mir ist kommen wir weiter. Ähm, das ist Filter 4, ne? Ich hab nur Filter 3. Hast du? Ja. Äh, dann sollst du aus dem Gebiet da verschwinden. Da kommt es, dass du nur 3 hast. Weiß ich nicht. Dann hast du die Medizinbase noch nicht da ausgebaut, wo man die Filterschufe erhöht kriegt. Na, ich hab keine Punkte, leider. Ja, da macht ihr mal die Stiche vor und beobachte euch. Ja, ist ja hier nur so ein langweiliger Scan, von daher, das geht schnell, glaube ich. Wenn man denn die Scheiß finden würde, Alter, man! Wir haben auch Spaß daran gehabt, das zu verstecken, ne? Ja. Äh, einen hab ich. So, einer noch. Ja, ich hab ihn bekommen, ich weiß wo der ist. Ich glaub da jetzt, ne? Ich glaub du schon mal nach oben. Ja. Ja. So, erledigt. Nice. Hier ist noch nie mal eine Kiste, ey. Diese Sarah Spaß ist, ey. Ja. Ich mach ne schnellere, ich hab keinen Bock wieder den Weg zu suchen. So. Was machen wir jetzt als nächstes? Genau, noch hier nen Nebeneinsatz. Ja. Ja. Den nehmen. Auf, aus. Ich bin so dankbar, dass man die Übertragungen von denen unterbrechen kann, ne? Ja. Find ich auch. Nachschub-Abwurf-Zone erreichen. Ah, wir müssen der Dinger verteidigen. Ah, gleich sind dann relativ übersichtlich beieinander. Die sehen aus wie Lego-Blätter. Oh ja. Von oben drauf. Ja, das sind Militärkisten. Beim Bund hast du auch solche, die so ein Knock-In haben, dass man die besser stapeln kann. Meine AK gegen euer Gesicht. Euer Gesicht verliert. Nein! Sie hat doch einen fucking HP gehabt. Nee. Wer verliert? Dein Gesicht hat verloren, aber... Ich war so dumm und hab mein Minikit nicht angewendet. Wärter Hau. Ich war so dumm und hab ihn angewendet. Wärter Hau. Wärter Hau. Wärter Hau. Der Hau. Ja. Sie hat Kris. Der Hau. Die, die, die... Die sind ja gottetag wirklich übersichtlich, wa? Ja, wobei durch diese Schnee scheiße ist, was jetzt natürlich ein bisschen gedämpft die über sich. Wo? Ach, von hinten. Ja, die Protobotsdose. Ach Gott, ey. Boah, Junge. Boah, Junge. Nach Älteren. Kafe Klinge. Ja gerne. Ja gerne. Ja gerne. Ja gerne. Ja gerne. Ja gerne. Ja. Ja ja. Ja, ja. schafft so next one wäre der hier da hinten liegt noch Loot wenn wir den nehmen einen Satz haben würde ich dann gerne in Selfhouse und da Feierabend machen ja dann lass doch jetzt eben schnell zum Selfhouse na dann mach ich dann schon Feierabend nee da sind sie mich nur noch mitnehmen das kriegen wir in der Zeit hin naja wenn das jetzt 5 Minuten länger geht ist jetzt auch nicht so dramatisch ok ich hab ja extra halb 8 gesagt damit ich noch einen Puffer habe falls wir nicht pünktlich fertig wären also alles gut gut wo du? attachee wie ist das? wie ist das? wie ist das? wie einige die wie sie sie ver von oben ich hasse es jungen was man sich das nach in der dach dann abgewinne da in den höheren rengen unterwegs bist da bin ich mal gespannt und ich habe achts was das angeht ersparen erstmal in der dachs war das erhebte ich hab dabei noch etwas was die auslösung angeht oh gott von der seite du kacke alter vom hirn hier ist die butter ich bin da nur gelb und lila ich bin auch erst mal weiter ab nein wie sie denn mit her pürschen wieso hast du deine leiche auf meine leiche das war es ja noch ein versuch ja wir sind aber gerade voll reingelaufen das war ja auch unsere eigene schuld alter wo sind wir gespawnt ich bin down ich bin sofort gestorben alter was hier los katt ich schreibe es mir kurz zur basis zurück ne ich bin down aber ich spawn auch direkt genau da wo die gerade stehen das ist voll scheiße ich bin einfach kein schaden nehmt ok an der nächsten base spawnen bitte nicht wieder mittendrin ups die stehen schon wieder da was für heftig das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut ich bin down ne halbe sekunde bevor ich geheilt war kommt der typ und zwar schießt da alles ey ja vor allem kommt der einsatz ist doch drin der einsatz ist doch drin ja kein problem machen wir du hast doch gesagt bis 20 30 ne nein 19 30 ich bin grad gespawnt was weiß was ich doch für ein problem in der zeit hatte ich bin down ich bin down komm zu mir ralf wo bist du du achsel lebst du noch nein online 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 ein gelb habe ich ein gelb habe ich sage der nächste bitte nicht ja schiebt ihn aus deiner granaten sonst wohin äh... Alter, wie dem Leute einfach nicht juckt, dass ich dem Magazin von Magazin reindrückt, alter! So, jetzt kommt die Kavallerie. Was? Ist ja alles vorbei. Boah, war das ein Krampf, ey. Und das Ziel ist jetzt in dem Haus, oder was? Scheinbar. Ha, schöner Loot. Ha, 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 ha. Assi. Da geht er mitten im Fight in die Base, alter. Sag ich komm gleich wieder und holt sich den Loot, ey. Richtiger Räuber, ey. So, hier sind... Ach, hier sind auch noch Feinde! Ja, geil! Oh, ich hab grad Feinde gesehen, irgendwo hier. Ja, da hinten. Das... Hier ist ne Tür, die ich nicht öffnen kann. Die ist aus Holz und ich habe eine AK. Ich kann die Tür nicht öffnen. Kann jemand von euch die Tür... Nein, könnt ihr. Was shall we do with the... geschlossene Türe? Ah, hier. Hier. Außen rumlaufen. Okay. Okay. Den Code zum Serverraum finden. Und der liegt in der Schublade. Scheinbar. Ziele füllt, okay. Ah, okay. Blu-Screen erledigt. IT-Department. Kiste. So. Appet safe aus. Und dann... fast das. As you wish, sire. Hallo. Sind wir auch schon wieder dreinhalb Stunden dran, oder? Oh ja. Geil. Ich liebe es, wenn solche Sessions vier Stunden gehen. So, dann... machen wir die Aufnahmen aus.